Moin meine Kampfkumpel Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. In der letzten Folge haben wir uns ein paar Leute rammengeholt, bei denen bin ich gerade dabei so ein bisschen jetzt die ganzen Ressourcen reinzupacken, damit die auch gut weiterverarbeitet werden können. Brauchen die Speere? Ich glaube ja. Die beiden Handsets sind auf jeden Fall immer noch auf dem Weg. Ich habe die jetzt soweit bekommen, dass sie ins Plus hochgehen. Das heißt, wenn sie da sind, können wir dann endlich weiterbauen. Oder ich hol mir erstmal eine Schnecke. Die kann man dann für was anderes benutzen. Eine Kochstätte wäre auch super. Gut, lasst mich erstmal gucken. Ich muss mich erstmal ein bisschen... Holzstamm brauchen wir. Ich glaube, ich habe hier eine Eisenachs reingepackt, oder? Ne, die Eisenachs haben wir noch. Gut. Gut, 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 gut. Kann ich denn ein... Doch, doch, das war richtig. Lebensmittel, Landwirtschaft. Okay, wir brauchen Landwirtschaft. Was bist denn du da vorne? Na, scheiße. Oh Gott, ist das dunkel. Gut, ich brauche aber trotzdem... Ein paar Baupenstämme. Also, ich soll ins Materiallager Steinexte, Steinmesser und Steinhaken reinpacken. Ich werde aber, glaube ich, erstmal pennen gehen, damit ich... ...ein bisschen was sehe. Und kann es endlich mal aufhören zu regnen, bitte? Das geht mir langsam echt so ein bisschen auf den Zwinkel. Ich sehe nichts. Baum. Sehr langsam. Ach, Quatsch, was mache ich denn? So. Gut, ich gebe meine Runde pennen. Zum nächsten Morgen. Entschuldigung. Oh, die scheinen da zu sein. Triallager 2. Oh, sehr schön. Na, ihr Hübschis. Geht jetzt endlich mal arbeiten. Lass mal kurz gucken, ob ich alles soweit gut verweitet habe. Ja. Was brauchst du kein Werkzeug? Ein Hammer? Ja. Der braucht Holz und so, ne? Gut. Dann lasst mal kurz gucken. Oh Gott. Dann nimm mal bitte... ...das drüber. Der Holzschuppen ist... Aber du hast doch ein Messer. Brauchst du Holz? Dein Augenblick. Ich muss mich auch erstmal... ...das ist eher so ein bisschen zurechtfinden. Ja. Ich muss mich auch erstmal... ...das ist eher so ein bisschen zurechtfinden. Ich muss mich auch erstmal das hier so ein bisschen zurechtfinden. Ja, was willst du von mir? Ähm. Sag mal bloß, du brauchst Pfeil und Bogen. Gut. Ich glaube, Holz wird gerade... ... ... Was sind das? Brauchst du vielleicht... ... ... ... Ich kann aber noch kein Pfeil und Bogen machen. Ach, Quatsch. Mach ich einfach mal. So, Kumpelblasen. Ich werde es herausfinden. Das Stück. Aber dann... Ach, Quatsch. Ah, Salz fehlt. Freizeit? Ah, Salz fehlt. Freizeit? Gut. Ist das kompliziert? Gut. Fleisch und Dings. Fleisch und Dings. Der hat genügend drin. Haben die jetzt gerade echt Freizeit? Dann packen wir das nochmal rein. Kapier ich nicht. Kapier ich echt nicht. Was wollen die von mir? Weitere Zeit, ich muss hier hin. Ja. Packen wir einfach mal hier hin. Gut. Ähm, Mädels. Äh, lasst mich doch mal hier gucken. 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 Das Materiallager. Da packen wir jetzt so einiges rein, was mit Pels und Co zu tun hat. Dünger. Alles bitte. Dünger. Haferkorn. Leder. Moossamen. Pels. Pflaumensetzling. Bei dem Pflaumensetzling könnten wir eigentlich mit Dünger ein paar Hins stellen. So, dann brauche ich aber noch das gute Stück. Oh, jetzt hacke. Oh, jetzt hacke. Die vier wirst du. Oh, komm schon. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Absolut gar nicht. Landwirtschaft. Da haben wir es doch. Fade. Eine kleine Plantage. Ja. Sie arbeiten. Witzig ist, er darf jagen, die Frau darf die Holzstämme stämmen. Ja, doof gelaufen, ne? Wir machen hier eine kleine Plantage hin. Ja, 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 das ist so toll. Das Ei braucht doch keine. Was habe ich denn jetzt gemacht? Eine Plantage, oder? Drei Mal. Wir machen, wir machen das jetzt mal hin. Pack mal das bitte weg. Wir gucken mal. Leder. Drei Stück. So, Säckchen habe ich. Ähm. Aber ich habe... Kann sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber ich habe doch eine kleine Plantage. Wie mache ich denn das jetzt mit den Säckchen? Wo bist denn du? Da! Ich bin leicht verwirrt. Ich wollte das gerade mit den Säckchen ausprobieren, aber irgendwie klappt das gerade nicht. Wahrscheinlich total simpel und ich kapiere es einfach nicht. Eingebraucht gehen wird mit der bloßen Hand, oder? Warte mal. Oh, packt ihr wieder weg. Gut, ich kapiere es nicht. Vielleicht komme ich ja irgendwann drauf. Dass ich vielleicht irgendwann mal diese Dinger pflanzen kann. Wahrscheinlich brauche ich irgendwas dafür. Ich habe aber davon keine Ahnung. Gut. Ich brauche trotzdem ein bisschen Essen. Ausdauertrank. Gut. So, so. Gut. Lasst mich mal kurz bei der Verwaltung gucken. An der Arbeit. Sie macht ihre Arbeit. Er hat irgendwas zu meckern. Gut, da haben wir kein Salz. So, lasst mich mal kurz leveln. Was haben wir denn hier? Aktuelle Erkenntnis in Gewinnung. Ja, machen wir auch mal. Chance auf zusätzliche Rohstoffe beim Abbau von Stein und Co. Kannst so und so viel mehr tragen. Weniger Ausdauerverbrauch bei Gewinnung. Oh, fuck. Erfahrung. Ruhige Hand. Schnellere Bewegung beim Schleichen aufspüren von Tieren im Brot. Sie machen wir. Nahrungsverlust. Was habe ich hier? Prozent langsamer Ausdauerverbrauch während der Bewegung. Machen wir mal das Leben noch ein bisschen. Und Nahrung natürlich. Und putzen von. Langsamer Haltbarkeit. Geschenke, Näherei. Wir machen mal das. Schnellere Handwerken in der Werkstatt und Schmiede. Schnellere Handwerken in der Werkstatt und Schmiede. Gut, haben wir. Gut, die beiden bauen auf jeden Fall. Bauen auf jeden Fall. Was haben wir denn als Gebäude? Gebäude. Fischerhütte. Könnten wir hinbauen. Aber wir sollten gucken, dass wir Nahrungsmittel... Landwirtschaft, wartet mal. M. M. Was? Ja, na klar mache ich das denn jetzt. Hallo? Machen wir hier vier Bäume hin und gut ist? Wenn das so einfach geht? Ach, verdammt. Hätte das sein können. Lasst mich mal kurz gucken. Werkenwerkstatt. Ein Produkt, die hier. Dekorative. Die Schmiede. Küche. Heute gemeint, Schweinestall bräuchten wir. Da kann ich aber momentan nichts machen. Grabungsteil. Da war ich gerade. Gebäude brauchen wir erstmal auch nicht. Dienstleistung. Scheune kann ich auch erstmal nicht machen. Gut. Ich würde mal sagen, die Beine machen jetzt ihren Job hier. Hoffentlich. Ich gehe mal kurz gucken. Ach, da ist. Da sind sie doch. Sieben Stück Fleisch. Geht doch. Sie macht momentan nichts. Ich gehe mal kurz zu meiner Angebeteten. Die ich schon angekramen habe. Läuft aber so ein bisschen, ne? So ein bisschen läuft es. Da vorne ist das Teil. Nahrungsmittel. Wir müssen irgendwie versuchen, das Nahrungsmittellager hinzubekommen. Nahrungsmittellager. Materiallagerholzhütte. Vielleicht. Die haben wir denn hier. Oh, vielleicht sollte ich das auch mal markieren. Das Dorf. Wir haben ja jetzt Dünger. Überlegung ist gerade, ob ich... Ach, ich weiß es nicht. Eigentlich könnten wir noch eine Hütte hinbauen. Eine Hütte. Warte mal. Lass mal kurz auf die Verwaltung. Warum die auch immer Minus sind. Sollen aufhören zu jammern, ey. Oh, Kompe, ey. Bist du ein Weichei. Wie kann ich dir helfen? Ach, du warst das. Ach, du bist aber auch nicht so toll mit deinen Ganzen. Have a good day. Have a good day. Bist aber auch nicht her. Fischen könntest du. Hi. Stinkig? Ah, das ist... Das ist das Symbol. Ah. Ich stinke. Aber selbstverständlich, my lady. Bye, bye. 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 Da stinke ich einfach vor mir hin. Vielleicht werde ich mal zum Anfangsdorf hingehen und da noch jemand anbackern. Da fahre ich einfach zweigereisig. Wenn wir einen Plan B haben. Bye, bye. Ehh. Ich bin immer erpisch darauf, neue Dinge zu lernen. Dann hast du irgendeine... Oh, es läuft! Oh Gott, das reitet mich da ins Mühnel. War es 27% schon so ein Dings rauszuhauen? Oh Gott, ich mache sie mir klar. Oh Gott, das ist gleich so beeindruckend, die Gute. Oh, da drüben. Da werden wir mal gucken, ob wir noch eine Sheikah bekommen. Eine Sheikah. Ich glaube, wir werden noch eine Hütte hinbauen. Dann können wir noch zwei Leute reinholen, Männlein und Weiblein. Die eine kann noch Jäger werden, dann haben wir die Produktion des Jägers wenigstens ein bisschen höher. Neues Gebäude. Nahrungsmittel! Ja! Das werde ich jetzt... Das werde ich gleich machen. Lo, 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 lo. Besonders. Gut. Ach, nur Weiber hier. Tut mir leid, my lady, aber... Gut. Lebensmittellager werden wir definitiv jetzt erstmal machen. Ja, da bin ich richtig. Wir werden dann noch eine Zweithütte hinstellen. Dann werden wir uns eine Jägerin oder einen Jäger holen. Dann haben wir schon mal bei dem Jäger zwei drin. Das bedeutet, wir bekommen wahrscheinlich mehr. Ah, verdammt, ich wollte doch ein paar Dinger holen. Aber wie bekomme ich denn die Setzlinge da rein? Wie? Du sollst doch nicht flügen. Oh, da vorne ist was. Ich bin schon... Nö, ich glaube... Nee, haben wir nicht. Also, haben wir schon, so meinte ich das. Lebensmittellager. Ich bin froh und happy, wir haben Lebensmittellager. Acht Stück. Alles klar. Holen wir einfach ein paar Stämme hiervon. Brauche ich doch gar nicht. Ich habe doch jetzt Bedienstete. Aber irgendwie, die Holzproduktion läuft nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber ihr Lieben... Pardon. Ich glaube, ich werde hier einen Folgenpäuse machen. Werde langsam zum Dorf hin dacken, was da hinten gerade erscheint. Und wir werden in der nächsten Folge das Lebensmittellager bauen. Und deswegen vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschau, tschau.